herzlich willkommen liebe studierende zu diesem kurzen erklärvideo zur corpus analyse plattform cqpweb über die sie selbstständig in dem fanreports corpus recherchieren können mit dem wir schon verschiedentlich zu tun hatten in diesem seminar nochmals zur erinnerung was sind fanreports das ist eine rubrik auf event im punkt de diesen ticket seller im internet da finden sie auf dieser internen seite zunächst bei den einzelnen künstlern und künstlerinnen hier so kurze biografien menschen die tickets für diese künstlerinnen und oder künstler gekauft haben werden im anschluss aufgefordert bewertungen abzugeben entweder mit stern oder aber noch zusätzlich mit solchen kurzen konzert reviews und hier ist mal so einer hier sehen wir ganz viele der dinge die wir schon im kurs herausgearbeitet hatten als typisch für emotionalisierte fankommunikation die großschreibungen die vielen ausrufezeichen aber auch solche ausdrücke wie der hammer sensationeller abend extremes ausnahmetalent und wir können jetzt von hier aus mal überlegen wonach wir dann noch in diesem corpus suchen könnten das corpus mit dem wir arbeiten können ist recht groß es umfasst 361 957 konzertberichte zu gut 11.000 verschiedenen artists das meiste sind musikerinnen und musiker weil wir finden auch musicals opern und sogar fußballspiele die dann etwas unsauber als artists erfasst werden wir haben ein corpus in der gesamtgröße von 27,8 millionen tokens und das schöne ist dass das corpus morphosyntaktisch annotiert ist das heißt wir können zum beispiel auch nach wortarten suchen ich werde gleich vorführen wir haben zu jedem text metadaten nämlich erstens zu artist aber auch zum datum zur location und besonders schön zum rating also wir können ganz gezielt in ein sterne oder auch in zwei sterne fünf sterne rezensionen und so weiter suchen sie finden das corpus hier unter dieser url und es gibt noch ein tutorial was nicht speziell für dieses corpus erstellt wurde sondern für meine fußball corpora aber die suchsyntax wird dort sehr ausführlich erklärt wenn sie sich die url aufrufen landen dies nächstes auf dieser startseite müssen sich dann einwählen mit ihrem nutzernamen den ich ihnen mitgeteilt habe und können dann hier unten das fan reports corpus aufrufen das ist dann diese suchmaske und jetzt können wir hier einfach mal nach einem wort suchen wir tippen einfach mal ein genial und finden hier jetzt genau diese wortform groß und kleinschreibung wurde ignoriert das stand hier ignore case und wir finden 22.000 treffer mehr sogar noch in gut 20.000 verschiedenen texten wenn wir jetzt hier mal draufklicken dann sehen wir was für ein artist das ist und aus welchem jahr wie viele sterne wo das stattgefunden hat und so weiter die links hier funktionieren leider nicht mehr eventen hat die seite restrukturiert deswegen führen diese links einfach nur generell auf die künstlerinnen übersicht hier von tavaluga aber wir können uns wenn wir möchten den ganzen text hier aufrufen entschuldigung wir klicken einfach hier auf diesen treffer und alles was hier durch solche lehrzeilen abgesetzt ist das ist ein konzertbericht und den können wir dann hier in gänze nachlesen wir haben die möglichkeit auch nach lemmata zu suchen sie erinnern sich vielleicht aus der einführungsvorlesung lemmatisierung bedeutet dass alle wortformen auf eine grundform zurückgeführt werden und wir können dann hier in geschweiften klammern das mal suchen und jetzt finden wir auch hier flektierte formen geniale geniales und so weiter wir haben die möglichkeit auch nach wortarten zu suchen das geht mit so einem unterstrich und dann diesem kürzel wenn sie wissen welche wortarten kürzel es gibt dann können sie sich hier diese übersicht hier aufrufen wo sie sehen modal werben und so weiter und wir wollen uns jetzt für die interessieren uns jetzt für adjektive dann sehen wir hier attributive adjektive das große haus das ist genau das was wir brauchen wenn wir möchten mal suchen nach adjektiv fan also was gibt es überhaupt für attribute mit denen fans versehen werden sehen wir hier bekennender fern großer fern riesen fern begeisterter fern jahrzehntelanger fern langjähriger fern treuer fern richtiger fern das ist doch alles schon interessant wir könnten jetzt hier unter frequency breakdown uns auch das auszählen was dann das häufigste ist großer fern absoluter fern riesen fern eingefleischter fern und so weiter und so fort wir können uns dann jeweils hier die auch draufklicken und können dann uns hier die belege ansehen noch eine sache möchte ich zeigen nämlich trunkierungen wenn wir wenn wir das plus einsetzen das steht für eine für mindestens ein zeichen aber beliebig viele finden jetzt hier diese ganzen komposita mit bindestrich zum beispiel auch die könnten wir mit frequency breakdown uns wieder anzeigen lassen und jetzt schauen sie mal jetzt wir interessieren uns jetzt für zeichen iterationen zum beispiel wörter in denen mindestens drei a hintereinander vorkommen ja und dann sehen wir hier hammer wahnsinn mega headbanger und so weiter das ist doch alles interessant gut wir haben noch viele viele andere möglichkeiten ich möchte noch das hier kurz zeigen nämlich unter restricted query haben wir die möglichkeit uns für ganz bestimmte bewertungen zu darin in ganz bestimmten bewertungen zu recherchieren zum beispiel jetzt mal nur in einsternebewertungen machen wir mal hier wieder das lemma jetzt finden wir hier also 8496 treffer des lemmas schlecht in einsternebewertungen also die verrissen könnte man sagen und schließlich noch eine sache die ich zeigen möchte denn wir können jetzt auch ganz gezielt in konzertberichten zu bestimmten künstlerinnen und künstlern suchen das ist ein bisschen komplizierter aber wir können uns hier über die corpus documentation die liste aller verfügbaren artists mal raussuchen jetzt suchen wir mal bieber andreas bieber suchen wir nicht sondern wir suchen justin bieber so wird das geschrieben das kopieren wir uns am besten raus mit copy paste und jetzt können wir müssen wir uns hier die cqp-syntax anzeigen lassen ja und jetzt können wir mal ja was interessiert uns wir ich schreibe das alles auf ja hier in der cp-syntax muss man es so schreiben lemma ist gleich in anführungszeichen weinen und das ganze in eckigen klammern und jetzt die die syntax lautet so zwei doppelpunkte match punkt text artist sie sehen hier unten so ist das ist das meter die metadaten kategorie erfasst artist ist gleich justin bieber so sieht das aus jetzt gucken wir mal und jetzt ach tschuldigung ich habe noch hier das drin das brauche ich nicht jetzt haben wir also hier 55 treffer von weinen in justin bieber konzert berichten gucken wir uns doch mal hier diesen hier an und das der es lang müssen wir uns more context anzeigen lassen so jetzt können wir es hier nachlesen ich habe so geweint dieses geld hat sich auf jeden fall gelohnt ist doch schon mal interessant dass hier weinen nicht etwas ist was man bedauert sondern etwas was fans geradezu anstreben und suchen und ja dann hat sich gelohnt wenn man ordentlich geweint hat das so ein paar erste einblicke wie man mit diesem corpus arbeiten sie finden dann auf opal eine reihe von vorschlägen wonach sie suchen können viel spaß beim ausprobieren ciao